Oh, yeah. Gut. Das war's. Ich hab Angst. Die gebeteten Rundenzahl ist vorüber. Blablabla. So, 3-1-3-1. Ist ja ein perfektes Reimschema hier. Äh, ja. Wenn es nicht mittels der Sterne entschieden werden kann, muss die Entscheidung an heute Münzen fallen. Darb ich am meisten. Okay. Als erstes wäre da der Spielstern. Für die meisten im Minenspiel gesammelten Münzen. Das bin ich auf jeden Fall. Ja. Das heißt, ich hab zwei Sterne. Jetzt brauche ich noch einen. Komm, bitte, bitte, bitte. Es folgt der Münsterne. Der Spieler, der am meisten Münzen gesammelt hat, erhält diese Auszeichnung. Das war auch ich. Jawohl. Jetzt hab ich auch drei. Bitte Donkey Kong, bitte Donkey Kong, bitte Donkey Kong. Ereignes Feld. Bitte Donkey Kong. Nein, ich bin Zweiter. Mist. Ich bin Zweiter, meine lieben Damen und Herren. Also, ich wurde einmal Erster, Letzter und jetzt Zweiter. Das bedeutet, jetzt werde ich bestimmt im nächsten Cup Dritter. Du blöder Wario. Wario. Na toll. Aber ich bin Zweiter immerhin. Bla, 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 bla. So, mal sehen, was dieses Mal ist. Die sind zerschritten, glaube ich, ne? Mal sehen, was passiert. Da wird ein Stern rein. Aha. Die schießen jetzt Sterne. Wow, Feuerwerk. Oder was? Tatsache. Sie sammeln sich. Die Feinde. Und haben sich jetzt verbündet, wie man sieht. Wie die Flagge. Es symbolisiert. Wario ist in der Mitte und Donkey Kong. Tschüss mit der Wunderkanone von Bowser. Huuuuiiii. Ha ha ha. Ist das nicht lustig. Und da ist der Superstern. Na, was passiert eigentlich, wenn jetzt Yoshi von hinten kommt und durchnimmt und ihn irgendwie in den Kopf stößt und dann den Stern klaut und abhaut? Dann bin ich doch der Superstar, oder nicht? Aber das sind nur Spekulationen. Von daher, eh, nein. Yeah. Und Donkey Kong. Irgendwas mit der Krawatte war da. Stimmt. Er nimmt sie in den Mund. Ne, wir nehmen sie in den Mund. Mit Iron. Mit Iron. Juhu. Wir sammeln mal wieder Kohle. Naja, nicht so viel, weil uns wurde ja sowas von viel geklaut, wegen Ausreich macht gleich. Aber dafür noch zwei Sterne. Äh, drei. Stimmt, ich hatte ja drei am Ende. Na gut. Dann haben wir jetzt diesen Cup auch abgeschossen. Und wir haben ein neues Titelbild hier. Okay. Oh, Bomben. Das ist ja lustig. So, natürlich gehen wir wieder in die Warbröhre. Und nein, ich will nicht die Spielregeln lesen. Ah. Warum wird das zuerst immer eingeblendet? Nachher drücke ich A und dann muss ich mir die wirklich anhören. Bevor das Abenteuer beginnt, wie viele Spieler sollen denn teilnehmen? Ja, ein Spieler, du Trottel, ne? Ja, natürlich wieder Yoshi. Äh, wohl. Ziemlich Luigi. Wario, Donkey Kong, Peach. Ja, jetzt hab ich sie alle wieder auf normal eingestellt. Ich will sie aber auch leicht, weil auf leicht sind sie schon schwer irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so. So, jetzt gucken wir nochmal an, was wir geschafft haben. Wir haben das geschafft. Wir haben... Nein, Quatsch. Warte. Hä? Da, das haben wir, das haben wir, das haben wir jetzt noch, das, 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 und das war's dann. Also, wie gesagt, machen wir jetzt das hier. Luigis Maschinenraum setzt die seltsame Maschine wieder in Gang. Okay. Okay. Okay.